Die Handfunkgeräte von Sepura zeichnen sich nicht nur durch ihre robuste Bauweise und eine innovative Handhabbarkeit aus. Ein Überblick über Modelle, Eigenschaften und Zubehör gibt Matthias Blume, Vertrieb SDS NRW. Das sind unsere SCP-9000 Handfunkgeräte von der Firma Sepura und das dazugehörige Atex-Gerät SCP-8X. Alle Funkgeräte sind für verschiedene Anländer spezifiziert. Wir haben auf der rechten Seite das Handfunkgerät 9038, welches für den Normalanwender gedacht ist, wie zum Beispiel Feuerwehr und Polizei. Daneben das Gerät mit der verringerten Tastatur, ohne 10er-Tastatur. Dies ist zum Beispiel für den Feuerwehrmann gedacht, der als Truppmann arbeitet. Und noch reduzierter das Gerät mit verringerter Tastatur und monochromem Display, was hauptsächlich für den zivilen Markt gedacht ist. Alle Geräte sind IP67, das heißt, sie sind voll wetterfähig, outdoorfähig und auch für begrenzt tauchtfähig und damit optimal geeignet für den Einsatz bei Polizei und Feuerwehr. Alle Geräte verbindet die gemeinsame Zubehör-Schnittstelle auf der rechten Seite. Hier kann man zum Beispiel Lautsprechermikrofone anschließen oder auch alles andere Sprachzubehör, damit man das Funkgerät nicht direkt in die Hand nehmen muss. Bei der Firma Sepura ist das Zubehör generationsübergreifend nutzbar. Bestes Beispiel ist das SDP-8000 und das 9000er. Ladezubehör, Akkus, Sprechzubehör, alles ist miteinander kompatibel. Und natürlich auch das Wichtigste, die Programmierumgebung mit dem Radio Manager wird über alle Geräte gleich verwendet, so dass auch die Software in den Geräten gemeinsam auf einen aktuellen Stand gezogen werden kann und der Nutzer keinen Unterschied sieht bei der Bedienung der Geräte.